Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Alpcast Episode Nummer 32 und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem an welchem Tag ihr die heutige Episode hört. Wie ist denn das Wetter aktuell? Ihr wisst ja Bescheid. Ich bin ja hier der Mini-Kachelmann mit dem Alpcast. Das Wetter, es ist beschissen. Egal wo man hinsieht irgendwie im gesamten Hauptkamm der Alpen, da findet man aktuell nur Regenschauer, Regenschauer, Regenschauer. Irgendwie etwas frustrierend. Und um diesem frustrierenden Wetter vielleicht auch den richtigen Beigeschmack zu geben, dachte ich, dass wir heute über ein Thema sprechen, das vielleicht nicht unbedingt so frustrierend ist, aber vielleicht ja zu einem gewissen Teil zu einer Melancholie einlädt. Melancholie ist etwas, dem wir uns hingeben können. Es ist nichts Produktives. Es ist auch nichts, was uns langfristig weiterbringt. Es ist aber etwas, was viele Dinge vielleicht erklärbarer macht und vielleicht verständlicher. Ganz banale Alltagssituationen können in einer gewissen melancholischen Stimmung in einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet werden. Vielleicht können sie auch mehr wertgeschätzt werden. Melancholie, das ist irgendwie immer verbunden mit den negativen Seiten des Lebens. Dabei kann man sogar Positives melancholisch betrachten, was einem dann oftmals in eine so leicht deprimierte Stimmung verhilft. Natürlich wollen wir das nicht. Aber es gibt auch Themen, die definitiv nur melancholisch behaftet sind und bei den meisten Menschen keine Freudentränen auslösen werden. Und dazu zählt meiner Meinung nach, und da werden die meisten wahrscheinlich zustimmen, der Tod. Der Tod und der Bergsport, die sind miteinander, diese zwei Parteien, die sind miteinander verbunden. Und das schon, seit es den Bergsport gibt. Jedes Jahr sterben Menschen in den Bergen und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Melancholie ist hier also definitiv angebracht, wenngleich man aber auch wieder einen Schritt zurücktreten sollte, um festzustellen, dass der Tod einfach zum Bergsteigen dazugehört. Interessanterweise ist das Bergsteigen und der Tod ja eigentlich etwas Absurdes, wenn man es in Kombination betrachtet. Schließlich haben wir auf der einen Seite eine Ausübung eines durchaus gefährlichen Sports, der definitiv unnötig ist, wenn man es aus einer lebendigen Perspektive betrachten möchte, wenn man es aus der Perspektive der existenziellen Grundlagen betrachten möchte. Gleichzeitig ist der Bergsport aber etwas sinnstiftendes für jene Personen, die ihn auch am Ende des Tages ausüben. Das bedeutet gleichzeitig, dass der Tod, aber auch das Ende genau dieser auf der einen Seite sinnlosen und absurden Tätigkeit ist und auf der anderen Seite aber auch das Ende einer Tätigkeit, die für uns als Ausübende durchaus Sinn macht. Das Spannende bei der Betrachtung des Todes ist doch eigentlich, dass wir nicht wissen, ob es weh tut und was danach passiert. Viele Menschen lösen diesen Konflikt mit sich selbst dadurch, dass sie sagen, naja, ich muss nicht alles wissen und es ist ja auch einfach egal, was passiert. Es muss ja auch nicht davon ausgegangen werden, dass in einer melancholischen Stimmung tatsächlich das eintritt, was die meisten Menschen befürchten, dass der Tod etwas Schlimmes ist, etwas Schreckliches ist, wo danach etwas wartet, was tatsächlich nur schlechter sein kann als das Leben auf der Erde. Ob und wie der Tod eine Bedeutung für einen Menschen hat, das hängt maßgeblich mit einer religiösen Einstellung, aber auch mit einer kulturellen Einstellung zusammen. Der Islam sieht eine ganz andere Bedeutung im Tod als das Christentum. Die Kulturen in Südamerika und Mexiko, die sehen ganz andere Bedeutungen im Tod als wir hier in Europa. Das Interessante am Tod ist aber, dass er uns irgendwo auch eint als Menschen. So unterschiedlich wir sein mögen, der Tod, der bleibt uns allen nicht erspart. Manche Menschen trifft es mit 15 Jahren, andere Menschen mit 100 Jahren und manche Menschen scheiden irgendwann am Wege ihres Lebens ganz unverhofft und plötzlich dahin. Die Frage ist also, wie gehen wir mit einem Thema um, das so individuell ist, das so undurchschaubar ist und das auch undurchsichtig ist? Es ist schwierig, den Bergsport mit dem Tod in Verbindung zu bringen, denn gerade am Berg sind wir ehrlicherweise ziemliche Lügner. Wir belügen uns selbst, wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir tun, sicher ist. Bergsport als Ganzes ist immer mit großen Risiken behaftet, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht. Wir können am Berg einen Herzinfarkt haben, weil wir uns zu sehr angestrengt haben. Ein Stein könnte ausbrechen und uns erschlagen. Ein Stein könnte ausbrechen und wir stürzen mit ihm ins Tal. Es könnte jemand anders eine unvorsichtige Bewegung machen und das führt dazu, dass wir abstürzen. Es kann passieren, dass wir im Winter unter eine Lawine geraten. Es kann sein, dass wir über unsere Ski die Kontrolle verlieren und irgendwo den Hang hinunterfahren. Vieles kann passieren und das betrifft nicht nur die Menschen, die diesen Sport als extrem ausüben, sondern auch jene, die Sonntagswanderer sind, wenn man sie unter Anführungszeichen so bezeichnen mag. Alle Menschen sind gleichermaßen am Berg mit dem erhöhten Risiko zu sterben umgeben. Und dieses Umgeben, das nehmen viele Leute ganz bewusst eben nicht wahr. Es ist ja auch ein etwas frustrierendes, wie gesagt, melancholisches Thema, wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir am Berg vielleicht eines Tages sterben könnten. Fakt ist aber, dass je öfter wir uns in den Bergen bewegen, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass uns in den Bergen einmal ein Unfall passiert. Fakt ist auch, dass viele schwere Unfälle in den Bergen nicht mit einer schönen Liebesgeschichte enden, sondern oftmals entweder mit dem Tod oder eben mit bleibenden Schäden, die uns das Bergsteigen so in diesem Stil nicht mehr ermöglichen. Viele Bergführer können da ein Lied davon singen, denn es gibt immer wieder mal Bergführer, die dadurch, dass sie so extrem oft in den Bergen sind, definitiv mal irgendwann Opfer eines Unfalls werden. Wobei es nicht jeden treffen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, die steigt doch signifikant. Der Tod ist also Teil des Bergsteigens, ob wir wollen oder nicht, ob es uns direkt betrifft oder nicht. Das heißt, wir können eventuell unsere gesamte Bergkarriere überleben, und die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, die ist wahnsinnig hoch. Aber wir werden eventuell eines Tages auch auf jemanden treffen, den wir dann später nie wiedersehen werden. Die Wahrscheinlichkeiten sind da, ob sie jetzt für uns oder gegen uns sprechen, je nachdem, ob es uns selbst betrifft oder nicht. Dabei ist es aber wichtig, meiner Meinung nach, dass wir uns mit dem Tod am Berg auseinandersetzen. Denn er führt dazu, dass wir bewusster wahrnehmen, was wir hier eigentlich im Großen und Ganzen tun und mit was für einem Stellenwert wir eigentlich rechnen sollten, wenn wir in die Berge gehen. Wir sollten uns bewusst werden, dass wir Menschen verletzlich sind. Denn dann fangen wir vielleicht auch an, etwas vorsichtiger zu sein. Vorsicht ist etwas, was in Zeiten des Turbokapitalismus natürlich nicht mehr so spannend ist. Die Leute wollen Risiko eingehen, die Leute wollen spekulieren. Und das alles führt dazu, dass man irgendwo auch mitgerissen wird. In eine Ideologie und in einen Ansatz des Lebens, der vielleicht nicht ganz mit den Gefahren am Berg übereinstimmen kann. Interessanterweise muss ich bei der Idee daran, was wir in den Bergen eigentlich tun, immer wieder an Sisyphos denken. Sisyphos von Albert Camus, weiter interpretiert, der beschreibt ja eigentlich das Sinnlose schlechthin. Er beschreibt, wie man eigentlich mit einer vollkommen sinnlosen Tätigkeit sein ganzes Leben füllen kann. Und ob das für einen selbst Sinn macht oder nicht, das muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selbst beurteilen. Aber Camus beendet seinen Essay diesbezüglich auch mit den Worten, wir müssen uns Sisyphos als einen zufriedenen Menschen vorstellen. Dabei können wir es uns fast nicht vorstellen, dass jemand, der eine absurde und, oder wie Camus sagen würde, absurde Tätigkeit ausübt, immer zufrieden ist. Und wir machen als Bergsteiger eigentlich nichts anderes. Wir müssen uns überlegen, dass wir ja im Prinzip nichts davon haben, wenn wir in die Berge gehen oder wir nicht reicher werden. Wir werden auch kein schöneres Haus dadurch haben. Unser Leben wird nicht sinnvoller dadurch, dass wir in die Berge gehen. Aber wenn wir uns mit Camus beschäftigen, dann kommen wir natürlich auch dahinter, dass nichts, was wir auf der Welt tun, sinnvoll wäre. Und da denkt Camus über Suizid nach und überlegt sich, warum sich Menschen wie Sisyphos eigentlich nicht einfach das Leben nehmen. Und da finden wir eine sehr interessante Überschneidung zum Bergsport. Abgesehen davon, dass Sisyphos natürlich den Fels immer wieder auf den Berg hinauf schiebt, nur um ihn dann letztlich wieder herunterrollen zu sehen. Aber abgesehen von dieser Überschneidung ist es auch die Idee des Sinnlosen, die Camus hier so eindrücklich auf den Bergsport übertragen kann. Oder umgekehrt. Interessant ist Camus eigentlich an der Stelle, als er sagt, naja, er kann sich zwar, wenn man jetzt hier beim Beispiel Sisyphos bleiben möchte, umbringen, aber es ist nicht das Ende des Absurden. Absurd ist nämlich auch der Suizid, so zumindest Camus. Die interessante Idee dahinter ist eigentlich, dass wir in unserer sinnlosen Tätigkeit uns selbst irgendwo eine Sinnstiftung suchen müssen. Wir haben keinen Sinn im Leben und dementsprechend macht auch der Tod genauso wenig Sinn. Am Ende des Lebens bleibt die gleiche Sinnlosigkeit übrig, wie zu Beginn unseres Lebens. Wenn man nun darüber nachdenkt, was wir dazwischen, zwischen diesen zwei Zeitpunkten getan haben, erst hier findet sich der Sinn. Und den machen wir uns am Ende des Tages immer selber. Ob das Bergsteigen für einen Menschen Sinn macht oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen, aber gerade das Bergsteigen ist ein Akt der Freiwilligkeit. Es ist nichts, was unser Überleben sichert, besser macht oder verschlechtert. Tatsächlich ist es aber eigentlich so, dass wir hier ein Risiko eingehen, das man wieder mit einer gewissen Absurdität und Sinnlosigkeit gleichsetzen kann. Jedes Risiko ist mit der fatalen Konsequenz des Todes indirekt oder direkt verbunden. Die Frage ist nun, ab wann man eigentlich ein gewisses Risiko nicht mehr eingehen kann und hier dann von einer Absurdität sprechen kann. Nachdem wir aber, wenn man nun Camus Glauben schenken möchte, das ganze Leben als sinnlos und als absurd betrachten kann, was man aber nicht muss, dann finden wir auch das Bergsteigen eigentlich sinnlos und absurd. Damit gibt es keine Abstufung, ab wann es zu gefährlich ist, weil es dann tatsächlich sinnlos und absurd wird. Denn jeder Akt, den wir tun, ohne in ihn selbst als Person einen Sinn zu legen, ist sinnlos und absurd. Wenn Menschen bei der Befahrung, der Nordwand irgendeines Berges, mit den Schienen im Winter, bei Lawinenwarnstufe 5 sterben, dann sind sie vielleicht aus den Augen eines externen Betrachters vollkommen sinnlos gestorben. Dabei könnte es aber sein, dass sie auch sinnlos gelebt haben. Und interessanterweise können wir diese Person, aber bevor sie gestorben ist, zwar fragen, aber das werden wir wahrscheinlich in der Realität nicht tun. In der Realität ist es so, dass wir im Nachhinein versuchen zu bewerten, warum jemand am Berg gestorben ist und es dann selbst für uns in einer Relation zu unseren eigenen Entscheidungen setzen würden, plötzlich beurteilen, inwiefern ist das sinnlos gewesen, was er da getan hat oder absurd. Wenn ich aber auf einen einfachen Hausberg steige und dort abstürze, dann war der Tod oder das Leben mehr oder weniger ähnlich sinnvoll oder sehnlos. Nur ich als Person weiß immer, ob es für mich Sinn macht, das zu tun oder nicht. Ganz spontan muss ich hier, während ich das hier aufzeichne, auch an einen bestimmten Berg denken. Das Zuckerhüttel in den Stubayer Alpen. Das ist ein Berg, der in den letzten Jahren immer gefährlicher wurde. Er wurde gefährlicher, weil durch den Klimawandel der Permafrost, der den Fels, die Felsmassen des Zuckerhüttels zusammenhält, immer weiter abschmilzt, es immer wärmer wird und immer weniger Eis und Schnee des Zuckerhüttels zusammenhält. Das bedeutet, Steinschlag wird immer mehr, große Felsabbrüche werden ebenfalls immer mehr und das alles macht den Berg unfassbar gefährlich. Früher war dieser Berg tatsächlich einfach und ungefährlich. Mittlerweile wird er von vielen Bergführern nicht einmal mehr geführt, weil es einfach nicht vertretbar ist, für den Bergführer jemand anderen dahin mitzunehmen. Und in der Tat, dieser Berg ist sehr, sehr gefährlich. Regelmäßige Felsabbrüche und regelmäßiger schwerer Steinschlag sind ein Tagesgeschäft am Zuckerhüttel. Die Frage ist also, ist es sinnlos und absurd, auf diesen Berg zu steigen? Wenn ja, unter welchen Umständen? War es vor 20 Jahren sinnlos und absurd, aufs Zuckerhüttel zu steigen? Naja, nicht mehr und nicht weniger, als es das heute ist. Schließlich ist es so, dass wenn wir heute am Zuckerhüttel sterben und uns voller Bewusstsein über die Konsequenzen uns diesem Akt hingeben, dass wir nicht sinnlos gestorben sind. Wir wussten, worauf wir uns hier eingelassen haben. Wir hatten einen Sinn hinter dem Ganzen sehen können und dementsprechend sind wir nicht sinnlos gestorben. Der Tod ist aber trotzdem für den Außenstehenden am Berg immer etwas, was schwer zu beurteilen ist. Weshalb ich es auch immer rate allen Menschen, die jemals einen Todesfall in den Bergen erleben müssen, dass sie selbst für sich alleine beurteilen, wie sie das einschätzen und einstufen. Es steht uns durchaus zu, uns Menschen im Ganzen zu beurteilen und zu urteilen über ein Geschehenes. Aber wir sind nicht dazu verpflichtet und eigentlich sind wir dazu auch nicht berechtigt, anderen Menschen diese Beurteilung umzuhängen und ihnen zu erklären, dass sie definitiv diesen Gedanken so teilen müssen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir über tragische Ereignisse in den Bergen sprechen, durchaus sagen, was wir darüber denken, wenn wir in einer dementsprechenden Debatte mit unserer Familie oder unseren Freunden sind. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht sagen, dass es eine richtige Sichtweise auf diese Dinge gibt. Wenn ich sage, dass ich der Meinung bin, dass der Tod eines Menschen am Berg in einer Situation XY sehr sinnlos war und sehr absurd und sehr überflüssig und eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, dann sollte ich es auch als meine Meinung deklarieren. Jemand anders bewertet das aber vielleicht auch ganz anders. Jemand anders, der vielleicht mit den gleichen Ambitionen unterwegs ist, mit der gleichen Leidenschaft unterwegs ist, wie dieser Mensch, dieser verstorbene Mensch war, dann kann er es vielleicht auch besser nachvollziehen. Dann sieht er den Sinn dahinter, hinter dem, was er gemacht hat. Und am Ende des Tages, und das ist vielleicht auch eine wahnsinnig interessante Ableitung Camus, ist Sisyphos, oder, um es vielleicht in den bergsteigerischen Jargon zu bringen, der Alpinist, der stirbt, am Ende des Tages vielleicht ein zufriedener Mensch gewesen. Vielleicht war es gerade diese eine Tätigkeit, die es gebraucht hat, um den Tod für diese Person auch wirklich erträglich zu machen. Wenn wir Menschen als Bergsteiger in einen Sport einsteigen, der so gefährlich ist, und wir uns dem bewusst sind, dann rechnen wir irgendwann mehr oder weniger damit, dass uns vielleicht das Glück verlassen könnte. Wir hängen in der Tat nämlich sehr stark auch, vielleicht nicht nur, aber auch vom Glück der Natur ab. Natur ist etwas, was wir messen können, aber in vielen Belangen nicht kontrollieren können. Und gerade vor Ort, mit eingeschränkten Mitteln, noch viel schwerer beurteilen können. Das bedeutet, dass wir eigentlich in einer oftmals lebensfeindlichen Umgebung unterwegs sind, versuchen, möglichst die Kontrolle und das Bewusstsein für die Gefahren zu behalten, und auf der anderen Seite gleichzeitig aber uns sehr viel Mühe geben müssen, nicht zu sterben. Wenn wir aber mit dem Bewusstsein unterwegs sind, dass es jederzeit so weit sein könnte, dann wissen wir auch, diese Momente zu schätzen, in denen es nicht so weit ist. Das bedeutet, während wir diese Tätigkeit, diesen Akt des Bergsteigens ausüben, bleiben wir gleichzeitig in einer bewussten Rolle des Überlebenden. Wir sind in der Rolle dessen, der vielleicht nicht unbedingt triumphiert hat, aber der aus seiner Situation auch wieder gut herausgekommen ist. Wir können also mit uns selbst zufrieden sein, auch wie Sisyphos. Am anderen Ende des Todes stehen natürlich auch Lebende. Und wenn wir eine Mission uns selbst vornehmen am Berg, dann ist das andere Ende, die Menschen, die zurückbleiben, natürlich immer etwas, worüber man nachdenken sollte. Es gibt diesen Egoismus in der Welt, der vielleicht auch dazu führt, oder animiert zu sagen, was ich mit meinem Leben tue, ist meine Sache. Und wenn ich sterbe, dann ist das auch nur mein Problem. Dieser Ansatz ist grundsätzlich, und wenn man das jetzt sehr, sehr trocken betrachten möchte, natürlich vollkommen richtig. Unser Leben ist unsere Entscheidung. Und genauso wie Camus sagt, könnten wir uns auch jederzeit das Leben nehmen, aber dann würden wir das Leben auch tatsächlich sinnlos beenden, unabhängig davon, wie sinnvoll es zuvor war. Gleichzeitig war es aber definitiv nicht sinnvoll, uns zu töten, wenn wir zuvor ein sinnvolles Leben hatten. Die Menschen, die wir zurücklassen, die werden aber, wie vorhin schon besprochen, definitiv urteilen über uns. Sie werden sich überlegen, ob das ein sinnloser Tod war oder nicht. Und wenn wir den Suizid als etwas betrachten, das andere bewerten, dann werden die anderen immer sagen, dass es sinnlos war. Das Interessante ist aber, dass auch die anderen Menschen aus einem gewissen Egoismus heraus beurteilen, was wir tun und was nicht. Interessanterweise handeln die anderen Personen, die wir eventuell zurücklassen, auch aus einem gewissen Egoismus. Es ist sehr viel Schmerz mit dem Verlust eines Menschen, gerade am Berg verbunden. Am Berg fragen sich alle Angehörigen und das kann ich definitiv sagen, egal ob man Angehöriger ist oder Zeuge oder der sogenannte Knallzeuge ist. Am Berg stellen sich viele Fragen, die sich in der Zivilisation beim Tod einfach nicht stellen. Und diese Fragen werden in den seltensten Fällen beantwortet. Es gibt natürlich Mutmaßungen, es gibt Hinweise, die von der Bergrettung vielleicht aufgenommen werden können, um einen Fall zu rekonstruieren. Aber das Wieso, das werden wir niemals erfahren. Nur der Mensch, der von uns gegangen ist, weiß zu 100% wie es zu dem kommen konnte. Diese Ungewissheit, die am Berg definitiv den Tod prägen kann, die ist doch etwas, was viele Angehörige und das Umfeld eines Menschen, eines Verstorbenen, prägen kann. Am Ende des Tages wartet nämlich so viele Fragen, auf die wir niemals eine Antwort bekommen werden. Am Ende des Tages ist es aber auch trotzdem natürlich ganz rein der Schmerz, dass eine Person nicht mehr da ist. Doch das unterscheidet den natürlichen Tod im Alter auch irgendwo vom Tod am Berg. Wir sind als Gesellschaft irgendwie heute nicht mehr imstande, zu beurteilen, ob es gefährlich ist, in die Berge zu gehen oder nicht. Wir haben die Berge mit Infrastruktur zugepflastert und dementsprechend wirkt alles sehr viel sicherer, als es vielleicht ist. Auf der anderen Seite gibt es viele Orte auf der Welt mit Bergen, die ohne Infrastruktur auskommen und dementsprechend sehr gefährlich sind, obwohl sie vielleicht gar nicht so gefährlich wirken. Das alles führt dazu, dass wir ein neues Bild vom Tod am Berg haben. Der Tod am Berg braucht heute immer irgendeine Erklärung. Irgendjemand hat etwas falsch gemacht. Irgendjemand muss schuld sein. Das alles macht die Debatte um den Tod am Berg aber auch nicht einfacher. Wenn jemand einen geliebten Menschen am Berg verliert und viele offene Fragen hat, dann kann man ihm eigentlich nicht eine ehrliche und korrekte Antwort dazu geben, was er wissen will. Auf der anderen Seite ist es aber auch so viel schwieriger, weil der natürliche Tod eben so vorhersehbar ist. Wir alle werden sterben, ob mit 80 oder mit 90, das ist egal, aber irgendwann werden wir definitiv sterben. Wenn wir nun darüber nachdenken, dass ein vorhersehbares Leid immer besser ist, wenn man es jetzt nun so tragisch formulieren möchte, besser ist als ein unvorhersehbares, dann muss man schon sagen, dass das Bergsteigen auch irgendwo ein Akt des Egoismus ist. Der Bergsteiger schert sich nicht so viel darum, ob andere Menschen Angst vor dem Leid der eigenen Person haben können oder nicht, denn er geht dieses Risiko trotzdem ein. Er geht, wenn er in die Berge geht, nicht nur das Risiko ein, selbst nicht mehr zurückzukommen, sondern auch sehr viel Leid zu hinterlassen und trotzdem ist der Bergsteiger irgendwo der Mann oder die Frau, die versuchen möchte, diese ganzen Einflüsse zu kontrollieren, obwohl wir es eigentlich nicht können, obwohl wir eigentlich nicht in der Lage dazu sind, obwohl wir eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Stein in einem ganz, ganz großen Gebiet der Felsen sind. Wenn wir anderen Menschen das Gefühl geben, dass wir es kontrollieren können, dann belügen wir sie. Wir belügen sie vielleicht nicht bewusst, aber wir versuchen ihnen zumindest ein gutes Gefühl zu geben. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es nicht reicht, anderen ein gutes Gefühl zu geben, sondern weil wir es uns auch selbst am Ende des Tages geben müssen. Sisyphos könnte nicht einfach sagen, dass das Leben schlimm ist und weitermachen. Er muss es sich am Ende des Tages irgendwo auch schön reden, egal wie sinnlos und absurd seine Tätigkeit am Ende des Tages wirklich ist. Wenn wir in die Berge gehen, dann machen wir etwas Absurdes und Sinnloses und könnten dabei im blödesten Fall vom Stein erschlagen werden, wenn wir bei der Sisyphos-Metapher bleiben wollen. Wir müssen den Angehörigen und dem Umfeld aber vermitteln, dass das das ganze Spiel ist. Und am Berg, da, und das mag ich nicht gerne sagen, aber am Berg, da spielen wir ein Spiel mit dem Leben. Manchmal, und das gebe ich gerne zu, manchmal mehr und manchmal weniger. Wenn wir mit der Seilbahn rauffahren und dann oben etwas wandern gehen, dann ist dieses Spiel sehr einfach. Wenn wir uns irgendwo in der Agide Midi oder am Walk-Up-Pfeiler versuchen hochzuarbeiten und das in einem Free Solo, dann ist das Spiel sehr, sehr schlecht für uns ausgelegt. Die Frage ist nur, wie vermitteln wir anderen Menschen, dass wir eigentlich nicht hundertprozentig wissen, ob wir wieder zurückkommen. Und die andere Frage ist, wie gehen wir selbst als Menschen, die solche Menschen kennen, damit um? Ich glaube, wir sollten uns in erster Linie erstmal bewusst werden, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Dass der Tod vielleicht nicht unbedingt das Negativste am Leben ist, sondern dass das, was dazwischen passiert, maßgeblich entscheidet, ob unser eigener Tod dann letztlich sinnvoll oder sinnlos war. Der Akt des Sterbens allein, egal unter welchen Umständen, ist nicht sinnlos. Auch das gibt Camus ganz klar wieder. Der Tod ist das absolute Ende und die unausweichliche Fatalität, wie Camus selbst sagt. Aber gleichzeitig ist es auch der Abschluss einer Zeit, über die wir selbst am Ende des Tages wahrscheinlich ein Resümee uns selbst geben wollen. Aber auch andere Leute wollen vielleicht wissen, ob sich dieses Leben gelohnt hat oder nicht. Und natürlich sind das alles sehr philosophische Ansätze, das gebe ich zu. Aber gerade mit diesen philosophischen Ansätzen können wir als Bergsteiger am meisten anfangen, zumindest wenn es um das Thema Leben und Tod geht. Denn philosophische Ansätze helfen uns, Dinge zu besprechen, die wir eigentlich nicht besprechen wollen. Denn eines ist klar, der Bergsteiger, der versucht zu verdrängen. Der Bergsteiger versucht nicht wahrzunehmen, dass das, was er tut, gefährlich ist. Und wenn ich auf die Rummerspitze hier im Karwendel klettere im zweiten Grad, dann befinde ich mich ganz oft im absturzgefährdeten Gelände. Wenn hier ein Stein ausbricht, dann ist es definitiv vorbei. Die Südwand ist so steil und so lang und so schroff, dass man definitiv irgendwo verenden wird. Die Frage ist nur, ob wir es uns selbst schönreden, indem wir sagen, nein, mir wird definitiv nichts passieren, oder ob wir uns selbst ehrlich eingestehen, dass wir hier einer gefährlichen Tätigkeit nachgehen, bei der nicht zu 100% klar ist, dass wir am Ende des Tages wieder sicher zurückkommen. Man könnte natürlich auch sagen, dass man das selbst mehr oder weniger auch in der Hand hat. Man kann ja umdrehen, wenn man der Meinung ist, dass man in einer Situation nicht gewachsen ist oder sich einer Situation nicht stellen möchte. Aber gerade am Berg ist das manchmal schwierig. Vielleicht auf der einen Seite aufgrund der Tatsache, dass wir uns selbst nicht gerne eingestehen, etwas nicht zu können. Auf der anderen Seite aber auch, weil viele Gefahren am Berg doch nicht immer so offensichtlich sind, wie wir glauben. Also müssen wir uns auch fragen, ob der Tod etwas ist, das wir mit auf den Berg nehmen wollen oder nicht. Wenn wir es nicht tun, dann wird er uns definitiv überraschen. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir definitiv nicht darauf gefasst sein, wenn es eines Tages am Berg so weit ist. Wenn wir es tun, dann kann es natürlich sein, dass wir in ständiger Angst unterwegs sind und mit einem Respekt, der vielleicht manchmal nicht unbedingt notwendig wäre. Aber vielleicht gibt es auch dieses gesunde Mittelding. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, für sich selbst wahrzunehmen, dass man doch ein sehr verletzliches Wesen ist und dass hinter einem selbst auch noch sehr viele Menschen stehen, denen es wichtig ist, dass man am Ende des Tages wieder zurückkehrt. Dass man in seinem Bett liegt und bei WhatsApp beschreiben kann, dass es einem gut geht und schöne Bilder von seiner letzten Tour schicken kann. Der Tod ist etwas, was wir nicht gerne in die Berge mitnehmen, aber meiner Meinung nach mitnehmen sollten, zumindest im Hinterkopf. Wir müssen nicht ständig mit der Angst vor dem Tod durch das Leben wandeln. Es funktioniert auch gar nicht. Selbst neurologisch betrachtet geht das gar nicht. Denn wenn wir uns ständig mit dem Tod auseinandersetzen würden, dann würden wir sehr schnell extrem depressiv. Wir wissen, dass es irgendwann zu Ende gehen wird. Wir wissen aber nicht wann. Wir wissen auch nicht wie. Und ich persönlich glaube nicht an diesen Zeitcode, den wir alle haben. Ich glaube nicht an dieses Schicksal, das heute schon klar ist, dass ich in sieben Jahren vom Auto überfahren werde. Daran glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, wir haben unser Schicksal maßgeblich selbst in der Hand. Aber gleichzeitig irgendwo auch nicht. Denn viele Leute und unsere Umgebung, unser Umfeld bestimmen auch sehr stark, wie lange wir hier auf Erden weilen. Beim Bergsport aber nicht. Beim Bergsport nehmen wir es selbst in die Hand. Denn schließlich wagen wir uns selbst in eine menschenfeindliche Umgebung und versuchen sie irgendwo herauszufordern. Wir wollen sie nicht herausfordern. Wir wollen natürlich wieder sicher zurückkommen und eben nicht mit dem Tod konfrontiert werden. Aber gleichzeitig nehmen wir es in Kauf. Wissentlich oder unwissentlich. Das spielt dabei auch keine Rolle. Ob Camus letztlich Recht hat, ob Sisyphus mit seiner Absurdität des Steins oder mit seiner Sinnlosigkeit tatsächlich Recht hat und Camus am Ende damit Recht hat, dass Sisyphus eigentlich zufrieden ist. Das muss jeder für sich selbst beurteilen. Das ist das Schöne an der Philosophie, dass wir auch selbst noch drüber nachdenken können und uns selbst ein Bild davon machen können. Ich glaube, Sisyphus ist kein sehr zufriedener Mensch. Aber wenn wir ihn uns als zufriedenen Menschen vorstellen, dann macht das, was er tut, definitiv Sinn. Denn sonst wäre die einzige Konsequenz der sinnlose Suizid. Wenn wir in die Berge gehen, dann sind wir sinnlos unterwegs. Es hat keinen echten evolutionären oder existenziellen Vorteil, wenn wir weiterschreiten. Weiterschreiten, wenn wir weitergehen, wenn wir uns in Gefahren begeben und uns der Natur aussetzen. Aber wenn wir persönlich für uns entdecken, dass es für uns einen höheren, einen größeren Sinn hat, der es logisch macht, für uns persönlich, auf irrationaler Ebene logisch macht, dass wir uns in Lebensgefahr begeben, dann sollten wir auch genau das tun. Wenn es das ist, was wir brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein, dann ist es genau das, was wir tun sollten und ob andere Menschen das als absurd oder sinnlos wahrnehmen, egal ob wir überleben oder sterben, das sollte uns dann am Ende des Tages auch egal sein. Sisyphus ist jemand, der den Stein ständig nach oben schiebt und wieder hinunterrollen lässt. Natürlich geht diese ganze Geschichte um Sisyphus auch noch viel, viel weiter. Vieles, was ich nicht aufgegriffen habe diesbezüglich und auch Camus interpretiert hier noch viel, viel mehr hinein. Aber die grundsätzliche These, dass Sisyphus ein zufriedener Mensch ist, sollte auch uns Bergsteigern eigentlich die Gewissheit geben, dass wir obgleich der Tatsache, dass wir uns ständig im Auge des Todes befinden, mal mehr, mal weniger zugegebenermaßen, wir eigentlich zufrieden sind. Für alle Menschen, die jemanden kennen, der gerne in den Bergen unterwegs ist, ist Sisyphus also die Antwort auf die Frage, warum wir als Bergsteiger in den Bergen unterwegs sind. Immer wenn jemand die Frage aufwirft, warum machst du das, dann sollte gerade das die Antwort sein. Wir tun etwas Sinnloses und Absurdes, aber sinnvoll wird es erst durch das, was wir daraus machen, als Persona selbst. Wenn euch der heutige Alpcast gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mich bei YouTube abonniert oder den Feed abonniert und gerne auch nächste Woche wieder reinhört am Sonntag beim nächsten Alpcast. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.